Hallo, ich bin die Sanne Kurz und ich bin Abgeordnete im Bayerischen Landtag für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und ich lese heute für euch, weil heute der Vorlesetag ist und alle Kinder auf der ganzen Welt heute hoffentlich was vorgelesen bekommen. Ich lese aus dem Buch Die Isar-Detektive, falscher Alarm, denn dieses Buch spielt im Bayerischen Landtag. Und es ist ein Kinderkriminalroman, also hoffentlich spannend. Schauen wir mal. Kapitel 1 Feueralarm im Landtag Auf die Ferien! Mit einem satten Klang ließ Balou sein Spezi gegen die Gläser seiner drei Freunde klirren. Vor ihnen stand ein riesiger Bergkrapfen. Aber das, was außerdem vor ihnen lag, war noch viel köstlicher. 14 einzelne, wundervolle Tage Pfingstferien. Ohne Mathe, ohne frühes Aufstehen und dafür mit jeder Menge Freiheit, Abenteuer und ausgiebig Zeit für leckere Mahlzeiten. So wie diese Krapfen. Mit einem breiten, zufriedenen Lächeln strahlte Balou seine Freunde an. Elias und seine Schwester Flo grinsten zurück. Flo hatte sich direkt den ersten Krapfen geschnappt. Ein schmaler Marmeladestreifen ran ihr das Kinn runter. Nach Flos Meinung gab es hier die allerbesten Krapfen. Weit und breit. Kross, fluffig und mit einem süßen Klecks Aprikosenmarmelade. Wie gut, dass sie zur Landtagskantine allerbeste Beziehungen hatten. Denn Balous Vater war hier Chefkoch. Und zu besonderen Gelegenheiten lud er Balou und seine Freunde ein. Und wenn so ein wunderbarer Ferienanfang kein Grund zum Feiern war, was dann? Balou würde sich in den Ferien wieder oft in der Kantine des Landtags rumtreiben können und neue Gerichte lernen. Er kochte und schnippelte und experimentierte mindestens ebenso gerne wie sein Vater Hubertus. Aber noch viel lieber quatschte er Leute an und fachsimpelte mit ihnen über Rezepte, über Lieblingsspeisen und Küchenkniffe. Weil er so oft vor Ort in der Landtagskantine war, kannte er nahezu jeden, der im Landtag was zu sagen hatte. Da hinten saß zum Beispiel in Akten vertieft Sophia Muggenthaler, eine Abgeordnete aus Regensburg. Ihr Lieblingssandwich war, wie Balou längst wusste, Ei mit Schnittlauch. Zwei Tischreihen hinter der Abgeordneten trank Irene Lechermann, die Hausmeisterin, ihren 3 Uhr Nachmittagscafé. Auch hier war Balou genauestens im Bilde. Sie aß am liebsten Schweinebraten. Ihr Rezept mit Dunkelbiersoße hätte Balou fein säuberlich in seinem Notizbuch festgehalten, dass er wie ein Schatz mit sich herumtog. Er sammelte leckere Ideen, wo immer er konnte, am liebsten hier im Landtag. Deshalb kannte Balou jeden und jeder kannte Balou. Gerade ging ein junger Abgeordneter an ihm vorbei, der ihn mit Handzeichen grüßte. Balous schmale Brust blähte sich vor Stolz. Er grinste in die Runde. Nur Matti grinste nicht zurück. Das war einfach nicht ihre Art. Matti war keine Grinserin. Balous Freundin beobachtete lieber, analysierte die Situation hinter ihren runden Brillengläsern. Erst dann, und auch nur vielleicht, ließ sich ebenfalls dazu hinreißen, leise lächelnd, einen Bissen von den weltbesten Krapfen zu nehmen. Flo, heute besonders quirlig und ungeduldig, hatte da längst schon ihren zweiten verspeist. Hätte ihr großer Bruder Elias, der frechen Schwester, nicht auf die Finger geklatscht, dann hätte sie bestimmt einen dritten Krapfenstibitz. So schickte sie ihm nur einen säuerlichen Blick herüber. Dergleichen noch säuerlicher wurde, als sie hörte, was Elias zu verkünden hatte. Er rückte die obligatorische Mütze auf seinem wilden Blondschopf gerade und erklärte der versammelten Runde, Leute, ich habe mich übrigens dazu entschlossen, unseren Detektivclub aufzulösen. Wie bitte? Warum? fragten Balou und Matti nahezu gleichzeitig. Mal ehrlich, Detektivclub, das ist doch Kinderkram. Als ob wir mit Becherlupe und Fingerabdruckpulver irgendwas reißen könnten. Ich bin jetzt fast 13. Es wird Zeit, sich den wichtigeren Dingen des Lebens zuzuwenden. Hallo? Das geht nicht, protestierte seine jüngere Schwester Flo. So was ist undemokratisch. Was ist denn daran undemokratisch, wenn, wollte Elias sagen, aber Flo unterbrach ihn sofort. Wir haben nicht mal darüber abgestimmt, ob wir den Detektivclub auflösen. Du kannst das nicht einfach so für dich entscheiden. Na, jetzt sag doch mal selbst. Was haben wir schon groß an Fällen gelöst? Es ist nichts passiert in letzter Zeit. Uff. Flo blies die Backen auf und stieß die Luft nur langsam entweichen, um dann schnippisch zu sagen. Wir haben immerhin zweimal den Max gefunden. Deinen streunenden Kater zu suchen ist aber nichts, weswegen man unbedingt einen Detektivclub braucht, entgegnete ihr Bruder spöttisch. Matti ging diese ewigen Geschwisterstreitigkeiten auf den Geist. So sehr sie ihre Freundin Flo auch mochte und so froh sie war, dass sie die ganzen Pfingstferien nicht bei sich in Landshut, sondern bei ihr bei ihrer Freundin Matti verbringen durfte, dieses Gezänk war echt lästig. Flo war nur anderthalb Jahre jünger als Elias. Bei jeder Gelegenheit musste sie klarstellen, dass er allein deswegen nicht mehr zu sagen hatte als sie. Stopp, rief Matti also in die Runde, gerade als Balou in den Krapfen biss. Vor Schreck musste er ausatmen, wobei er sich den ganzen Puderzucker einmal ins Gesicht staubte. Das sah ziemlich lustig aus, die vielen zarten Zuckersprenkel auf seiner Haut. Matti fuhr ungerührt fort. Ich schlage vor, dass wir das Ganze hier abkürzen und einfach mal abstimmen. Und als Balou und Flo nickten, fragte sie, Wer ist dafür, dass wir den Detektivclub auflösen? Nur Elias hob die Hand. Wer ist dagegen? Balou und Flo meldeten sich. Auch Matti selbst winkte mit ihrer Rechten. Drei zu eins, Elias, du bist überstimmt, stellte sie trocken fest. Elias hob seine Mütze, die er nur ganz selten absetzte, kratzte sich am Kopf und meinte nach einer Weile, Das mag ja sein, dass ihr das so haben wollt, aber ich werde wirklich bald dreizehn. Das ist nun mal definitiv zu alt für so einen Kinderclub. Ich bin raus. Mach dir meinetwegen allein weiter. Doch Flo ließ sich nicht so schnell entmutigen. Immer musst du sagen, was wir zu tun haben. Nur weil du der Ältere... Das reichte. Matti hatte keine Lust mehr auf eine dieser endlosen Diskussionen zwischen den Geschwistern. Am besten, sie setzte sich erst mal kurz aufs Klo ab, bis die beiden Streithähne sich beruhigt hatten. Wenn das die ganzen Ferien so weitergingen, konnte sie sich bei den Dellingers eingraben. Mochte Balou mit seiner Gemütsruhe und seiner ansteckend guten Laune dableiben. Der konnte so einen Streit sowieso viel besser schlichten. Ein Witz, alles lachte und man war sich wieder grün. Matti aber musste erst mal dringend raus hier. Und da geht sie hin. Als sie vom Klo kam, stieß sie fast mit jemandem zusammen, der zeitgleich aus der Herrentoilette daneben trat. Überrascht sah Matti auf. Das war kein Anzugträger, wie man ihn hier im Landtag vermuten würde. Oder irgendein Mann in Blaumann oder in anderer Arbeitskleidung. Nein, der Mann hatte eine komplette Feuerwehrmontur an, mit allem Pipapo und Helm, den er unter seinem Arm trug. Matti blieb unwillkürlich stehen. Was machte denn ein Feuerwehrmann hier in der Kantinen des Landtags? Aber nicht nur das erschien ihr seltsam. Denn der Mann sah nicht wirklich aus wie ein echter Feuerwehrmann. Was hauptsächlich an seiner besonders auffälligen, kobaltblauen Brille lag, die so gar nicht zum typischen Aussehen eines Feuerwehrmanns passte. Verwundert ging Matti an den Tisch zurück, an dem Flo sich immer noch mit Elias kabelte. Dieses Mal um den letzten Krapfen. Das ist Mattis, sagte Elias gerade. Sie hatte nur einen und du hattest schon zweieinhalb. Mit bettelnden Augen sah Flo ihre Freundin an, was nur heißen konnte, dass sie Mette gerade um ihren Aprikosenkrapfen anschnorren wollte. Doch bevor Matti wie immer gutmütig Ja sagen konnte, schrillte ein fürchterlicher Lärm durch die Räume. Es war geradezu ohrenbetäubend. Was ist denn das? fragte Flo und blickte sich irritiert um. Die meisten Besucher der Kantine waren erschrocken aufgesprungen. Auch Hausmeisterin Irene, Lächermann. Schnell, schnell, sie fuchtelte mit den Händen in der Luft herum. Es brennt. Geh mal, geh mal. Das ist ein Feuerwehralarm. Schon setzten sich die ersten Richtung Tür zur Bewegung. Baloo sah, wie Sophia Muggenthaler Laptop und Akten zusammenschob, die Sachen hektisch unter den Arm klemmte und hinausstürmte. Feueralarm. Da war auch schon Baloo's Vater an ihren Tisch gesprintet, der seine Gäste unsanft aufscheuchte. Ihr solltet so schnell wie möglich ins Freie. Los, los, Feueralarm, Feueralarm. Bedauern zog Flo den Arm zurück, der nach dem letzten Krapfen hatte greifen wollen. Schleicht's euch, na wird's bald, Avanti, Avanti, rief nun hinter ihnen auch Irene Lächermann. Die laute Stimme der Landtagshausmeisterin übertönte mühelos das Schrillen der Alarmsirene. Unsicher blickte sich Baloo's Vater Hubertus um. Er zögerte und schien noch in Richtung Küche eilen zu wollen. Verständlich, denn er musste als Chef auch für die Sicherheit seiner Leute sorgen. Könnt ihr vielleicht allein? setzte er an. Man konnte ihn kaum hören, wegen des Sirenenlärms und der umtriebigen Geräusche in der Kantine. Nicht nötig, Herr Mittermeier, ich kümmere mich um die Kinder, rief dahinter ihn der junge blonde Mann, der Baloo vorhin gegrüßt hatte. Er trug Anzug, blaue Krawatte und eine passende Laptop-Tasche unter dem Arm. Ich kann euch zum Sammelplatz führen. Sichtbar erleichtert willigte Hubertus Mittermeier ein. Die Kantine leerte sich in Windeseile. Auch die Kinder gaben nun Gas, um ins Freie zu gelangen. Der junge Mann führte sie durch den Flur zur Treppe und dann zum Ostausgang, wo sich auf dem Parkplatz bereits eine größere Menschentraube versammelt hatte. Gerade als sie ins Freie kamen und missmutig im Regen standen, hörte man die Feuerwehr mit mehreren Martinshörnern herannahen. Binnen Sekunden raste sie an den Leuten vorbei und durch die Schranke in den hinteren Innenhof. Elias, Baloo, Flo und Matti konnten sehen, wie die Feuerwehrmänner aus den Einsatzfahrzeugen sprangen und in verschiedenen Richtungen ums Gebäude rannten. Vereinzelt kamen immer noch Leute und einige Sicherheitsbeamte aus dem Maximilianeum. Ich entdecke nirgends Rauch, bemerkte Baloo, als er sich umsah. Seht ihr irgendwo ein Feuer? Seine Freunde verneinten. Und was passiert jetzt? Vielleicht ist es ja nur ein Probealarm und wir dürfen gleich wieder rein, fragte Flo. Mit Bedauern dachte sie an den letzten Krapfen, den nun niemand mehr hatte essen können. Aber Matti korrigierte sich. Unwahrscheinlich, dass das ein Probealarm ist, wenn die Feuerwehr gleich mit mehreren Einsatzfahrzeugen anrückt. Das stimmt, das ist eher nicht üblich, pflichtete ihr der junge blonde Mann bei, der sie nach draußen gebracht hatte. Er hielt ihnen seine Hand hin. Oh, entschuldigt, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Peter Gebhardt, Abgeordneter im Bayerischen Landtag für den Stimmkreis Bamberg. Flo zögerte nicht lange, griff nach der Hand und stellte sich und ihre Freunde vor. Sie machen also die Gesetze für Bayern, sagte sie. So ungefähr. Nur macht das ein Abgeordneter ja nicht allein, sagte Peter Gebhardt, der das T so fränkisch weich aussprach, dass es beinahe wie ein D klang. Wir sind ja immerhin 205 Abgeordnete im Landtag, die die neuen Gesetze machen. Wissen Sie, ob das ein Probealarm war? Doch Peter Gebhardt schüttelte den Kopf. Angekündigt jedenfalls war nichts. Rauch und Feuer kann man wirklich nirgends sehen. Scheint nichts allzu Schlimmes zu sein, murmelte Matti, während sie ihren Kopf reckte. Sie hört Ausschau nach ihrem Bruder. Severin studierte schon und wohnte quasi im Maximilianeum, denn ihr Bruder Severin hatte einen der begehrten Plätze in der Studienstiftung ergattert, die die besonders begabten Studierenden hier kommen konnten und dann im Maximilianeum wohnen konnten. Aber so gründlich Matti sich auch umsah, sie konnte Severin nirgends entdecken. Wahrscheinlich war ihr stets überarbeiteter großer Bruder noch an der Uni beschäftigt. Dafür kam in diesem Moment Hubertus Mittermeier, Balous Vater, besorgt auf die Kinder zu. Seid ihr alle in Ordnung? Ja, ja, beruhigte ihn sein Sohn. Nur schade. Ich dachte, wir kriegen heute noch ein dickes Eis zur Feier der Pfingstferien. Balous Vater ging auf die enttäuschte Bemerkung seines Sohnes gar nicht ein. Stattdessen wandte er sich Peter Geppert zu. Vielen Dank, dass Sie sich um meinen Sohn und seine Freunde gekümmert haben. Hoffentlich haben Sie sich anständig benommen. Haben Sie keine Sorge, setzte Peter Geppert an. Aber Balou hatte schon sein Häftchen aus der Jacke gezogen und erbrach den jungen Abgeordneten. Was mich zu einer ganz wichtigen Frage führt. Was ist Ihr Lieblingsessen? Erst stutzte Peter Geppert, musste dann aber lachen. Was das heißt, dass du es mir hin und wieder kochst? Wenn das heißt, dass du es mir hin und wieder kochst, dann verrate ich es dir gern. Bamberger Bier Zipfel. Das sind ganz besondere Würstel. Also mich würde ja viel eher interessieren, was Sie so im Maximilianeum arbeiten, meinte Matti mit einem schnellen Blick zu Balou. Ihr Gegenüber grinste, kramte in der Tasche seines Jacketts und reichte ihr seine Visitenkampen. Leider habe ich gerade gar keine Zeit, weil ich gleich nach Hause fahren muss, nach Bamberg. Aber wenn es dich wirklich interessiert, dann würde ich vorschlagen, ihr ruft mich an, wir machen einen Termin und ich zeige dir bei einer der nächsten Gelegenheiten mal den Landtag. Dir, Balou und deinen Freunden. Überlegt euch wann und ruft mich einfach an. Sehr gerne, antwortete Matti und grinste. Mit einem Nicken verabschiedete sich Peter Gebhardt und Balous Vater wandte sich an seinen Sohn. Ich werde gleich mal deine Mutter anrufen, dass es dir gut geht, aber wahrscheinlich könnt ihr jetzt nicht mehr in die Kantine zurück. Das kann sich hinziehen, bis wir wieder alle rein dürfen. Und hier draußen im Regen ist ja nicht gerade gemütlich. Kein Problem, wir gehen einfach zu uns, schlug Elias vor. Er und Flo waren quasi Nachbarn. Sie wohnten nur ein paar Minuten entfernt in Richtung Max-Weber-Platz. Ja, Balou kann auch mitkommen. Matti übernachtet sowieso die ganzen Ferien bei uns, flügte Flo hinzu. Der praktische Vorschlag schien Hubertus Mittermeier sichtlich zu freuen. Fein, dann kann ich nochmal in Ruhe nachprüfen, dass es wirklich kein Herd in der Küche war, der den Feueralarm ausgelöst hat. Das nächste Kapitel heißt, der erste richtige Fall. Und wie ihr seht, ist da oben eine Zeitung, wo drauf steht, falscher Alarm. Und das zweite Kapitel würde ich euch in einem zweiten Video vorlesen. Und genau, vielleicht interessiert euch das ja auch noch, um zu hören, wie es weitergeht bei uns im Bayerischen Landtag.